Es ist mir eine große Ehre und eine große Freude, heute über einen Mann zu sprechen, der vor fast 50 Jahren die Bühne des deutschen Fußballs betreten hat. Du bist und bleibst ein aktiver Ratgeber für uns alle, ein außergewöhnlich sachkundiger Fan und ein riesengroßer Freund des Fußballs und immer mit Stil. Und diese Mischung machte ich zu einer der bedeutendsten Persönlichkeiten des deutschen Fußballs. Und daher möchte ich Sie meinen großen Applaus für Karl-Heinz Rummenigge bitten. Die Ernennung zum DFL Ehrenangehörigen erfüllt mich, daraus mache ich kein Hehl mit Freude und Stolz und auch Ehre. Trotz meiner zahlreichen internationalen Aktivitäten, glaube ich, darf ich mich als Kind der Bundesliga bezeichnen. Ich darf mich sehr herzlich bedanken zum Schluss bei Ihnen für die lange Zeit und ich darf mich ganz zum Schluss bei Bayern München bedanken. Es war eine tolle Zeit, die ich mit diesem Club erleben durfte.